Thomas Gottschalk Es war keine Liebe auf den ersten Blick, sondern ein langsames Aufflammen von Bewunderung und Respekt, das sich zu etwas Tieferem entwickelte. Ihre gemeinsamen Erfahrungen schufen ein Band, das im Laufe der Zeit nur noch stärker geworden ist. Ibiza, eine Insel, die für viele ein Synonym für paradiesische Schönheit und unvergessliche Erlebnisse ist. Schon der Name weckt Bilder von sonnenverwöhnten Stränden und kristallklarem Wasser. Ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint und die Natur in ihrer reinsten Form erstrahlt. Kein Wunder, dass Thomas Gottschalk und Carina Mroos diese magische Insel für ihren Hochzeitstag wählten. Die Insel bot ihnen nicht nur eine atemberaubende Kulisse, sondern auch die perfekte Atmosphäre für einen unvergesslichen Tag. Fernab der neugierigen Blicke der Paparazzi fanden sie Trost in der Umarmung der Insel. Hier konnten sie sich ganz aufeinander konzentrieren und die Ruhe und Abgeschiedenheit genießen. Und tauschten in einer intimen Zeremonie ihre Gelübde. Umgeben von der natürlichen Schönheit Ibizas wurde ihre Liebe in einem Moment der reinen Magie besiegelt. Man stelle sich eine einsame Villa mit Blick auf das azurblaue Wasser des Mittelmeers vor. Ein Ort, der wie geschaffen ist für romantische Augenblicke und unvergessliche Erinnerungen. Die sanfte Meeresbrise trägt den süßen Duft der Bugambilea, die in voller Blüte steht und die Umgebung in ein Farbenmeer taucht. Das einzige Geräusch ist das leise Plätschern der Wellen. Ein beruhigendes Lied der Natur, das die perfekte Kulisse für einen solchen Anlass bietet. Hier gaben sich Gottschalk und Mroos das Ja-Wort. Ein Moment, der für immer in ihren Herzen und in der Geschichte dieser Insel verankert sein wird. Und ihre Liebesgeschichte wurde eins mit der Seele Ibizas. Jeder Schritt, den sie gemeinsam am Strand machten, erzählte eine Geschichte von Liebe und Hingabe. Manchmal sind die schönsten Momente im Leben dazu bestimmt, nur mit den Menschen geteilt zu werden, die uns am nächsten stehen. In diesen Augenblicken finden wir die wahre Bedeutung von Glück und Liebe. Nun, wir alle wissen, dass Thomas Gottschalk ein bisschen Extravaganz liebt. Doch bei seiner Hochzeit mit Carina gab es eine erfrischende, schlichte Eleganz. Gottschalk entschied sich für einen frischen weißen Leinanzug, die perfekte Wahl für eine Inseltrauung. Carina wählte ein fließendes weißes Kleid, dessen Schlichtheit ihre natürliche Anmut unterstrich. Und das Beste daran? Keine Schuhe. Beide waren barfuß, ein Symbol für ihre geerdete Liebe. Die Wahl ihrer Kleidung sprach Bände über ihren Wunsch nach einer schlichten, herzlichen Feier. Es ging um zwei Menschen, die sich innig liebten und sich dafür entschieden, ihren besonderen Tag auf eine Weise zu begehen, die sich authentisch und wahrhaftig anfühlte. Nur drei Gäste In einer Welt, die vom Größenwahn besessen ist, entschieden sich Gottschalk und Mroos für eine erfrischend intime Zeremonie. Nur ihre engsten Vertrauten waren anwesend, um ihre Freude zu teilen. Es gab keine Kamerateams, keine Scharen von Gratulanten, nur das sanfte Rauschen der Wellen. Man kann sich die Emotionen vorstellen, die die Luft erfüllten, als Gottschalk und Mroos die Ringe tauschten. In einer Welt, in der alles geteilt wird, hat es etwas unglaublich Romantisches, die heiligsten Momente privat zu halten. Es ist ein Beweis für die beständige Kraft der Liebe. Man muss es Thomas Gottschalk lassen. Er findet selbst in einem so bedeutsamen Moment wie seiner Hochzeit noch Humor. Während viele Menschen an ihrem Hochzeitstag nervös und angespannt sind, scherzte Gottschalk darüber, wie sie es geschafft haben, sich das Ja-Wort zu geben, ohne dass es jemand merkte. Es war ein Moment voller Lachen und Freude, selbst mit Touristen auf Booten in der Nähe, die nichts von der Zeremonie ahnten. Gottschalks Fähigkeit, in alltäglichen Situationen Humor zu finden, ist bemerkenswert. Es zeigt seine Bodenständigkeit und seine Fähigkeit, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst in den bedeutendsten Momenten des Lebens sich hinter der schillernden Persönlichkeit ein Mann verbirgt, der das Leben mit einem Augenzwinkern betrachtet. Gottschalk nimmt sich selbst nicht zu ernst und das macht ihn so liebenswert. Und seien wir ehrlich, wer liebt nicht einen Mann, der einen zum Lachen bringen kann? Seine Fähigkeit, Menschen zum Lachen zu bringen, ist ein erfrischender Hauch in einer oft ernsten Welt. Es sind diese kleinen Momente der Freude, die das Leben lebenswert machen. Gottschalk erinnert uns daran, dass Humor und Freude überall zu finden sind, wenn man nur die Augen dafür öffnet. Seine positive Einstellung und sein Humor sind ansteckend und sie machen ihn zu einer einzigartigen und geliebten Persönlichkeit. So romantisch eine heimliche Inselhochzeit auch klingt, selbst Prominente müssen sich an die Regeln halten. Nach ihrer idyllischen Zeremonie auf Ibiza ging es zurück in die Realität mit einem Abstecher zum Standesamt in Baden-Baden. Das Baden-Badener Standesamt, weit entfernt von den sonnenverwöhnten Stränden Ibizas, wurde zum Schauplatz der gesetzlichen Besiegelung ihrer Verbindung. Es war eine Erinnerung daran, dass Liebe nicht nur aus großen Gesten besteht, sondern auch aus dem täglichen Engagement, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Und so wurden Thomas Gottschalk und Karina Mroos inmitten der offiziellen Dokumente, auch vor dem Gesetz offiziell zu Mann und Frau. Mit einem Federstrich wurde aus Karina Mroos Karina Gottschalk. Die Annahme des Namens ihres Mannes ist ein Beweis für ihre Hingabe, ein Symbol ihrer Einheit. Es ist eine Entscheidung, mit der viele Frauen ringen, wenn sie Tradition gegen Individualität abwägen. Aber für Karina wurde die Entscheidung eindeutig mit dem Herzen getroffen. Es ist eine schöne Geste, eine öffentliche Erklärung ihrer Liebe und Verbundenheit. Und seien wir ehrlich, Karina Gottschalk hat einen gewissen Klang, finden Sie nicht auch? Ein Hoch auf Karina Gottschalk, eine Frau, die die Liebe mit offenen Armen empfängt. In einer Welt, in der jeder Aspekt des Lebens von Prominenten unter die Lupe genommen wird, ist der Wunsch von Gottschalk und Mroos nach Privatsphäre erfrischend. Sie haben beide ihren Anteil an öffentlicher Aufmerksamkeit gehabt. Kein Wunder, dass sie sich entschieden haben, diesen besonderen Moment zu schützen und eine Oase der Liebe fernab von neugierigen Blicken zu schaffen. Ihre heimliche Hochzeit ist eine Erinnerung daran, dass selbst Menschen im Rampenlicht sich nach Normalität sehnen. Es ist ein Beweis für die Bedeutung, Grenzen zu setzen und die Dinge zu schützen, die am wichtigsten sind. Manche Dinge sollten heilig gehalten und in den Grenzen unserer Herzen gehütet werden. Ihre Liebesgeschichte verlief nicht ohne Herausforderungen. Der verheerende Brand, der ihr Haus in Los Angeles zerstörte, hätte sie leicht auseinanderreißen können. Doch durch all das blieb ihre Liebe ein Leuchtfeuer der Stärke. Sie stellten sich dem Unglück gemeinsam und ihre Bindung vertiefte sich, als sie die Folgen des Brandes bewältigten. Es ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit, ihr unerschütterliches Engagement füreinander. Ihre Liebesgeschichte erinnert uns daran, dass das Leben voller unerwarteter Wendungen ist, aber es ist die Art und Weise, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen, die uns wirklich ausmacht. Auch erheben wir das Glas auf Thomas Gottschalk und Carina Mroos, ein Paar, das bewiesen hat, dass die Liebe keine Grenzen kennt. Möge ihr gemeinsamer Weg voller Lachen, Freude und einer Liebe sein, die mit der Zeit nur noch stärker wird. Ihre heimliche Hochzeit hat die Herzen von Romantikern auf der ganzen Welt erobert. Sie erinnert uns daran, dass die Liebe an den unerwartetsten Orten erblühen kann. Lasst uns ihnen alles Glück der Welt wünschen, während sie dieses neue Kapitel als Ehemann und Ehefrau aufschlagen. Möge ihre Liebe uns weiterhin inspirieren. Was hält die Zukunft für dieses dynamische Duo bereit? Die Möglichkeiten scheinen endlos zu sein, wenn man bedenkt, wie vielseitig und talentiert sie sind. Wenn man Thomas Gottschalk kennt, wird es sicher alles andere als langweilig. Seine Energie und Kreativität sind ansteckend und zusammen mit seiner Partnerin bilden sie ein unschlagbares Team. Vielleicht werden sie uns weiterhin auf unseren Bildschirmen beehren, sei es durch neue Shows, Filme oder sogar durch ihre Präsenz in sozialen Medien. Ihre Chemie vor der Kamera ist so greifbar wie eh und je und das Publikum liebt sie dafür. Ihre gemeinsamen Projekte könnten neue Maßstäbe setzen. Oder vielleicht ziehen sie sich aus dem Rampenlicht zurück und konzentrieren sich auf ihr gemeinsames Leben. Ein ruhigeres Leben abseits der Kameras könnte ihnen neue Freude und Erfüllung bringen. Sie könnten sich neuen Hobbys widmen, die Welt bereisen oder einfach die kleinen Momente des Alltags genießen. Ihre Liebe und Partnerschaft werden dabei immer im Mittelpunkt stehen. Welchen Weg sie auch immer wählen, eines ist sicher. Ihre Liebe wird weiterhin eine leitende Kraft in ihrem Leben sein. Sie haben Stürme überstanden, sich Herausforderungen gestellt und sind stärker denn je daraus hervorgegangen. Ihre gemeinsame Reise ist ein Beweis für ihre Stärke und Hingabe. Sie haben gezeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Sie haben zusammen gefeiert, gelacht und geweint. Und jede Erfahrung hat ihre Bindung nur noch stärker gemacht. Ihre Liebesgeschichte ist ein Beweis für die beständige Kraft menschlicher Bindungen. Sie inspiriert uns alle, an die Macht der Liebe zu glauben. Ein Hoch auf das glückliche Paar. Möge ihre Zukunft genauso strahlend und voller Liebe sein wie ihre Vergangenheit. Möge ihre Zukunft genauso strahlend und voller Liebe sein wie ihre Vergangenheit.